Ja und hallo liebe Freunde und willkommen hier zurück bei ArcAge. Winke winke. Ja, im letzten Teil hatten wir ja viele viele Tipps von Vaporesso Target. Den Namen kann ich einfach mal langsam lesen. Durchgeführt und haben auch eine kleine Quest hier gemacht, indem wir da hinten ein paar Kapuzen erlegt haben. Ja, so viel haben wir eigentlich nicht gemacht. Das war eigentlich die einzige Quest, damit wir da ein wenig weiterkommen. Ansonsten ist die Quest hier aufgegangen. Heiler Ballen. Und da werden wir einfach mal fragen, was der Herr denn möchte. Gehst du zum Bergfried von Schwarzgriff? Bitte, du musst mir helfen. Die Vierfingerdiebe, ach Vierfingerdiebe waren es übrigens gewesen, die wir besiegt hatten im letzten Teil, tauchten eines Nachts auf und verlangten von mir, ein paar Verwundete zu verarzten. Als ich mich weiherte, entführten sie meine Schwester Bridget. Ihr Verlobter Forden ist die Suchung gegangen, aber er kann sie nicht alleine bringen. Siegen, wenn du ihn vor dem Bergfried von Schwarzgriff finden kannst, hilf ihm bitte so gut du kannst. Wir werden ihm natürlich helfen, aber es ist alles sehr weiter entfernt, muss man sagen. Gucken wir erstmal auf den Weg und gucken wir kurz auf die Karte. Wir müssen hier oben alle zu diesem Berg, Bergdingsterbums da, oder Bergfried von Schwarzgriff. Gott, deswegen lässt sich denn so einen Namen einfallen. Ja, so wie es aussieht, müssen wir leider diesen schönen Ort verlassen. Er war sehr hübsch gewesen, muss man sagen. Er hat mir gefallen. Ich hoffe, wir fangen bald mal an, auch mit diesen Handwerkssachen. Weil langsam könnte es Spaß machen. Wir müssen genau die Mitte entlang. Tatsache. Nicht rechts, nicht links. Wir müssen die Mitte entlang. Dann nehmen wir doch mal hier unseren kleinen Kirin. Na, steig auf. Danke. Und los geht's. Kirin, lauferen. Ich geh mal ein bisschen weiter raus. Was haben wir da oben noch? Spinnchens. Mit denen haben wir eine Eis zu tun gehabt. Geradeaus weiter. Ja, hier oben geht's natürlich schon... Wir werden mal kurz hochgehen. Das muss da einen Grund haben, warum hier so eine Schräge ist. Die ist aber mit Sicherheit nicht umsonst da. Oh, der ist hier oben hübsch. Das ist hier oben mal hübsch. Also sollten wir irgendwann mal ein Häuschen haben, ist das gar nicht mal so einfach. Weil auch hier das sehr, sehr hübsch aussieht. Am Wasser und am Meer ist es ja auch immer wieder, aber von hier ist es natürlich auch etwas herrlich. So. Die schicken wir mal weg. Und die schicken wir mal runter, gell? Wir hätten jetzt natürlich unsere schöne Wolke nehmen können. Die ist ein bisschen schneller. Fällt mir gerade ein, aber na gut. Hier geht's eigentlich offiziell nicht rüber. Müssen wir mit jemandem quatschen? Der Bergfried von Schwarzeriff wurde unerreichbar, als die Vierfinger die einzige Brücke über die Grube zerstört. Soll das jetzt für uns ein Problem sein, oder? Wir können ja rüberfliegen, gell? Oh, da unten haben wir irgendwas. Sprich mit, sprich mit, finde es Lohn am Bergfried von Sloan. Ich schätze mal, ich muss hier runterspringen, das hilft allen nicht. Juhu! Oh, Mist. Aha. Da haben wir auf jeden Fall was. Neben NSCs können dir auch Spezialgegenstände neue Quests bescheren. Rechtsklick einfach den Gegenstand in deinem Beutel, um die Quest zu beginnen. Okay, wir haben also jetzt eine Questsache bekommen, und zwar da oben. Verlorene Bekleidung. Starte-Quest. Ich werde aber erstmal hier rausschwimmen, gell? Geht das auch beim Schwimmen eigentlich? Ja, auch schnell schwimmen geht. Ja, sehr, sehr schön. So, dann wollen wir die Quest mal starten, ne? Neue Quest. Gebrockter Mut. Bringen die verlorene Badekleidung zu Forden. Wo sollen die sein? Obwohl, die Badekleidung Hike ja gefunden war, oder? Verlorene Badekleidung, jawohl. Und wo ist Forden? Kater? Super, wo ist denn der? Zu Forden. Ah, sprich mit Forden nahen des Bergfrieds. Haha. Zu dem gehen wir also automatisch. Gut, wir müssen sowieso rüber. Das heißt, wir werden hier mal losgehen und werden mal rüberfliegen, oder? Machen wir das? Machen wir einfach. Ah, war das jetzt eine gute Idee, oder nicht? Ich glaube nicht. Okay. Also hier können wir gar nichts machen. Wir hätten doch rüberfliegen sollen. Wir können ja noch da gehen, oder? So, fliegen wir mal eine Runde hier um den Block. Gucke mal da hier rein. So. Oha. Ich glaube, man muss sich besiegen, oder kann ich besiegen. Ja, wir müssen gucken, was die anderen da haben. Aha. Okay, das hilft mir ja so gar nichts. Wieso bin ich hier kurz am Wechselfluss, wenn ich hier weiterführe mit dem Bugs? Boah, wie kommen wir hier noch? Das ist aber langsam hier. Hallo. Ich glaube, das war jetzt gerade dumm von mir. Kann das sein? Priesterin. Beweihe mich. Danke. Ich bete zu dir. Dankeschön. Was habe ich denn hier aktiviert eigentlich? Kriegerarchitekten. Aufgrund der vielen Aufstände und Bürgerkriege haben sich die nurher zu schnell im Baumeister entwickelt, sodass sich ihre Bauzeit für Häuser am Bogen... Was sucht denn das Ding hier unten drin? Moment, den muss ich mal kurz hier nach da oben packen. Das hat ja mit Skill oder mit Kampf nun gar nichts zu tun. Ich könnte sagen, das hat einen Satz mit X. Das war wohl nichts. So, also ich muss hier irgendwie rein. Gucken wir mal, ob wir von der Seite aus besser reinkommen. Hier haben wir auf jeden Fall eine neue Quest. Darf mal abgesehen. Aber mit besser reinkommen ist das hier aber auch nicht der Fall, oder? Hier haben wir noch eine Quest. Nein, hier ist der vorne. Haha. Der ist also gar nicht drin, sondern hier draußen, ja? Achso, das war schon gewesen. Mit der verlorenen Badebekleidung. Na, ist auch okay. Wer bist du denn? Ich schwöre, ich bin nicht wegen Bridget hier. Ich kenne Bridget nicht mal. Ich bin nur der Graben-Techniker? Weißt du was? Ach, du kommst aus Lacton. Den Götter sei Dank. Ich muss ja lächelig aussehen, wie ich hier so in meiner Unterwäsche stehe. Ist das Unterwäsche? Als ich versucht habe, durch den Bogenraben zu schwimmen, habe ich meine Jacke und meine Hose ausgezogen. Und ich finde sie nicht mehr. Tut mir leid. Ich kann sowas nicht ganz, nicht besonders gut. Ich befinde, die wir halten. Meine verlobte Bridget hat in einer Zelle auf dem Bergfried von Schwarzeriff gefangen. Es sind zu viele, als dass ich sie bekämpfen könnte. Aber ich habe es geschafft, einen Enterhaken über den Graben zu bekommen. Wie sich herausstellt, bin ich für die Kletterpartie leider nicht stark genug. Wenn du hier bist, um Bridget zu retten, könntest du dort hochklettern und ihre Zellentür öffnen. Ich halte den Gedanken einfach nicht aus, dass sie in der Hand dieser gemeinen Diebe ist. Aha. Ich soll da hochklettern. Klettern wir da hoch oder machen wir erst da unten unser Hauptgefäß? Ach ne, wir machen erst mal Bridget. Wir machen erst mal Bridget. Das sieht doch wie sehr merkwürdig aus. Witz, 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 witz. Sieht doch wie sehr merkwürdig aus. Äh, Mädel, du wirst wund. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Aber kräftige Ärmchen, wa? Nur mal rufsetzen und dann... Und die armen Schühchen. Ach du Schande. Das wird doch alldreckig. Meine Fresse. Das heißt, ich muss jetzt wieder mit den Herrschaften hier mich rumärgern. Auch in Ordnung. Das bin ich schon mal oben. Das ist sehr schön. Und jetzt? Ach so, okay. Einmal kurz auf die Leertaste. Ich gehe davon aus, dass wenn die Besieger sind, die sind in ein paar Sekunden wieder da. Äh, ich muss da irgendwie rein. Wie lang? Machen wir Frostfeil hier. Frostfeil hier. Frostfeil hier. Wenn der Frostfeil mal ein bisschen schneller immer sein würde, dass wir was Feines. Oha. Hier ist, äh... Ah, das war ja unser Heimermeister. Das liegt über sie und ist der Wegschießer, wa? Ah, sag ich doch. Und das war der Feil. So. Oha. Finde ich hier richtig? Ich muss da lang. Ja, Mädel. Ach, mein Schutz scheint irgendwie aber doch noch mein Schutz ist so aktiv. Der erste hat sie mich abbekommen. So. 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 Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Teil, wo die Roma gucken muss. Warte, wo die Videos feiern werden. Wir machen das. Versteckte Quest. Oh, wunderbar. Was habe ich hier denn hier überhaupt? Treten. Ach, Treten waren die Wesen. Stimmt ja. Oh, ich darf was nehmen. Entschuldigung. Ja, was genau ist, gucken wir uns später mal an, ne? Letz' Kiesern. Äh. Drei Meter nach oben. Aha. Dann scheinbar muss ich hier auf den Deckel, äh, aufs Dach. Wieso hier aufs Dach kommen? Oh, guten Tag. Entschuldigung. Das ist aber, ist hier wieder. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen, da muss ich noch ein wenig üben. Aber langsam wird das, äh, werden wir firmen. Wie komme ich jetzt hier aufs Dach? So nicht. So auch nicht. Äh. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss mir gelangen, wenn ich darf. Ja, dankeschön. Geht das denn hier hoch? Weißt du, wo da wäre? Ja. Ah, da ist eine Treppe. Treppe, Treppe, ist schon mal jubels. Ist hier richtig mit Suchen, ist das ja richtig hier. Meine Herrschaften. Okay, weiter komme ich aber nicht hier. Komm hier nicht rum. Mist, 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 Mist. Steuere rundherum, mein kleiner Vogel. Ja, 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 nee, da geht's nicht weiter. Beim besten Willen, ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ähm. Also, mein, 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 mein Stäbchen hier, den kann man eigentlich verhessen, muss ich sagen. Ist zwar für Nahkampf soll es zwar sein, aber... Oh jetzt Leuchte drinne was. Was ist das denn? Ich verstehe jetzt überhaupt nicht. Hier komme ich nicht rein. Wer soll denn durchblicken wer will. Oh das ist aber jetzt hier. Ist ja hier auch recht freudig wenn man es reinlauft. Ist ja hier. Ist ja hier. Wieso haben wir auch ein großer hier oder was. Das ist doch recht recht hastig denn hier. Mehr als die Frostpfeiler und so weiter. Habe ich leider gern zu bieten. Meine Herrschaften ist ja auch hier. Manx. Wer auch immer Manx ist. Aber Manx hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht was auf die Nudel bekommen habe. Na hat doch nicht recht. Alle Ernstieren. Also hier ist hier. Kämpfen über Kämpfen. Also ist. Ist hier nicht. Na. Nicht von schlechten Eltern. Eigentlich wollte ich ja bloß mal kurz. Mal kurz rasch. Die Dame hier befreien. So. Hier habe ich es doch gesehen ihr habt. Ich habe es doch von draußen gesehen. Oh das ist aber hier. Mensch das Kinder. So. Wo verflucht nochmal. Ich bin nicht bei Herrn. Muss ich einfach hier durchschlaufen. Um da irgendwo hoch zu kommen. Aha. Warum nicht gleich so. Mitten auf der Straße hier. Und der Frostball kommt. Ich hätte gerne ein wenig was. Danke. Aha. 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 Äh. Lauter Plünderer hier. Bin zwar jetzt schon mittlerweile oben. Aber ich weiß nicht wo ich hin muss. Irgendwo wird es bestimmt sein. Das sieht aus wie ein Käfig. Ich bin mir sicher. Das vorne sich große Sau über mich macht. Ja und wie. Ich krieg das schon wieder eh. Eh, 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 eh. Auf die Mühle auch hier. Ich muss mir erstmal wieder hier ein bisschen. So. Ich hätte mal da hinten halt ein Rad hier sehen. Nein, nein. Oh. Da war ein Loch. Auch die können nicht wahr sein. Was ist denn das hier gerade? Was machst du denn hier? Äh. Moment. Wo bin ich denn jetzt hier? Äh. Ich hätte gerade ein bisschen den, 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 den Überblick verloren. Oh. Muss da schon wieder mit der Kämpfe. So. Rollen die soweit? Musste ich erst vorher. Oh. Oh. Ernten. Abernten. So. Gut. Lücke, Lücke. Mut zur Lücke. So. Wen haben wir da? Vier Fingerpen. Vier Fingerpen hat aber auch hier entschieden. Du sagst dir, äh. Äh. Bei Kirobe. Also. Mal mal hier. Oder ob hier. Ist ja wahnsinn. Fühl mich ja nicht. Das stimmt. Ich muss mich erst mal gleich für ein bisschen heilen. Na? Ich heim mich mal ne Runde, ja? Dankeschön. Bis zu mir, die Feldmann, eigentlich kann er was essen. Ich hab hier nämlich schön Fleischbällchen. Lecker, lecker Fleischbällchen, ne? Hm. Lass zu ihr Gefängnis. Und es geht auf. Flupp, flupp. Offen ist er. Ah. Kommt doch an vorbei. Bridget. Vielen Dank. Ich glaube, ich schaffe es allein zurück nach Lekton. Sag Worden bitte, dass es mir gut geht. Und das auszieht. Das aus, Bridget. Oh, Bridget. Wo gehst du nur hin? So. Sprich mit Worden. Ähm. Komm ich hier rausgefliegt? Wäre natürlich schön, wenn ich hier rausgefliegt komme, wa? Ah. Hm. Das hat gekostet. Das war Kraft und Geld. So. Wir fliegen mal zu vorne. Das ist glaube ich schneller und einfacher. Als wenn wir der auf dem Seil wieder rumhucken. Halt. Nein. Okay. So soll es da landen. Hört was an. So vorne. Nicht mal ohne Ende. Dann soll es aber erstmal hier. Vielen, vielen Dank, Bridget. Ich stehe, naja. Bridget und ich stehe in deiner Schuld. Aber gerne doch. Wenn ich jetzt noch meine Hose finden könnte. Ne. Nur ist ja mal langsam gut hier. Die suchen wir schon alleine. Oh. Da drin ist was. Wieder eine Sonderaufgabe. Verlorene Badebekleidung. Also erstmal machen wir hier mal die Wayfarmersküste, wa? Zwei Stück haben wir davon erworben. Dann haben wir hier noch eine Geldbörse. Die haben wir ja auch bekommen da. Bei der ganzen Schule. Wir haben noch eine Rüstung bekommen, die wir moderner machen hier. Und zwar haben wir bekommen ein paar Hosen. Die sind genau die gleichen. Gut. Können wir verkaufen. Zweimal das gleiche brauchen wir nicht. Aber wir haben eine weitere Quest. Ja, können wir mal machen. Die geht gar nicht an. Ist nicht verkäuflich. Starte eine Quest. Oder auch nicht. Warum geht's nicht? Man, man, man sage mir warum es nicht geht. Blub, blub, blub. Du kannst diesen Gegenstand nicht mehr nehmen. Verlorene Badebekleidung. Okay. Ich habe ihn anscheinend schon genommen. Gut. Hm. Versteht zwar jetzt nicht genau warum. Bereits abgeschlossen. Äh. Okay. Was mache ich jetzt damit denn? Wenn sie bereits abgeschlossen ist. Kann es mir eben erklären. Gegenstand zerstören. Ja. Na gut. Was soll ich sonst noch machen? Gut. Da würde ich sagen. So ist das gewesen sein. Ich werde mal hier schön vor der wunderbaren Kulisse mich verabschieden. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs zu gucken. Ja. Da winkt sie auch wieder. Sehr schön. Und äh. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir hoffentlich hier zumindest in unserer Hauptfest finde es. Luane am Bergfried von Schwarzriff. Äh. Sprich Bürgermeister Fergus. Da ist noch eine Weile hin. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs zu gucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.